Das war jetzt schon unsere zweite Women in Tech Night. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Geht motiviert, beflügelt, gestärkt aus diesem Event hier nach Hause und gebt ganz viele Insights, vielleicht auch neue Kontakte in eurem Netzwerk mit. Und euch hat es hier gefallen. Ja, uns war es auf jeden Fall eine große Ehre, euch heute hier wieder durch den Abend zu führen. Und die Mainstage hier haben wir ja auch den ganzen Abend gestreamt und auch den Meetingraum hier unten aufgenommen. Das heißt, wenn ihr nicht alle Sessions hier heute Abend mitnehmen konntet oder auch die Zuschauer zu Hause vor Ort, ihr werdet in den nächsten Tagen dann auch schon Aufnahmen online finden und könnt euch dann einzelne Sessions auch nochmal nachträglich anschauen. Und ja, was müssen wir jetzt noch alles benennen, Franzi? Jetzt bin ich wieder dran. Genau, du bist wieder dran. Jetzt ist für uns persönlich ein sehr wichtiger Teil des Abends, denn jetzt kommt die Danksagung. Und zwar ein ganz wichtiger Dank an die ganze Orga-Crew, die Event-Orga rund um Kerstin und Jessie, die das hier größtenteils auf die Beine gestellt haben. Das Technik-Team, Franzi, Peter mit spontaner Unterstützung von Falk. Die Foto- und Videocrew, die den ganzen Abend hoch und runter und in alle Räume gelaufen sind, Lara und Patrick. Und ganz besonders Team Foodie, die Küche, die euch so gut versorgt hat, rund um Thorsten, Dennis und mit spontaner Unterstützung von Shishi und Maggie. Und ansonsten alle weiteren Personen, die uns hier geholfen haben, im Service, an der Garderobe, am Empfang. Vielen Dank, dass ihr euch alle dafür Zeit genommen habt und für uns das Event so großartig gemacht habt. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn im Juni geht es hier auch direkt mit coolen weiteren Events weiter. Weiter, jetzt brauchen wir die Folien. Ja. Bei der Generalprobe hat die Technik uns gesagt, ja, ja, wir hören euch zu. Genau, also am 15.06. geht es weiter mit unserem Modern Work Day, auf dem ihr euch über alles in der neuen Arbeitswelt und Modern Work informieren könnt. Im gleichen Monat, gleich ein paar Tage später, gibt es ein Scale-Up-Your-Business-Event auch hier vor Ort, zu dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Und dann schon ein Ausblick noch ein bisschen weiter in die Zukunft Ende des Jahres, wie jedes Jahr unsere Tools for Agile Teams Konferenz vom 29.11. bis 1.12.2023. Die Slides laufen hier auch gleich nochmal ein bisschen weiter durch. Dann könnt ihr die QR-Codes abscannen und auch die Seiten besuchen und euch zum Beispiel schon die Tickets sichern, wenn ihr interessiert seid. Zum Abschluss würden wir gleich gerne noch alle Speakerinnen, die noch hier sind, einmal auf die Bühne bilden. Für ein Gruppenbild. So all the speakers that are still here, please come to the stage afterwards for a short group picture. Genau, und wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, zur Women in Tech Night und auch Updates zur nächsten Ausgabe, die dann hoffentlich 2024 hier wieder stattfindet, dann folgt uns auf Instagram, da halten wir euch auf dem Laufenden und auch auf allen anderen Social Media Kanälen, die wir bei Seibert Media so bespielen. Ja, also es war uns eine besondere Ehre heute Abend. Schön, dass ihr auch bis jetzt noch durchgehalten habt. Wir hängen leicht hinter dem Zeitplan, aber das ist ja normal bei Events. Also vielen lieben Dank an euch und macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank.